Ja, servus Leute, zu einem neuen kleinen Infovideo von mir. Und zwar möchte ich heute einfach mal über meine kleine Winterpause informieren. Und zwar, wie ihr wisst, ist morgen Weihnachten. Das Weihnachtsgewey, also die Auslösung, steht auch schon in den Startlöchern. Werdet ihr morgen dann auch die Auflösung als Video bekommen. Ja, ich wollte euch dann einfach heute mit diesem Video noch informieren, dass ich jetzt erstmal zwischen dem 24.12.2012 und dem 6.1.2013 erstmal keine Videos komme, da ich in den Weihnachtsferien, also bei uns hier in Bayern sind Weihnachtsferien, und über die Feiertage keine Zeit habe, irgendwelche Videos zu produzieren, da ich da sehr viel unterwegs bin. Ich hoffe mal, das könnt ihr mir verzeihen. Und ja, auf jeden Fall wird dann, glaube ich, am 6. oder am 7. Wenn mich nicht alles zäutscht, dürfte das der Sonntag sein. Auf jeden Fall versuche ich am 6. dann gleich wieder ein Video zu produzieren. Ich habe da auch schon, ich versuche über die Ferien coole neue Themen herauszufinden. Und ja, dann noch 2012 war wirklich ein geiles Jahr mit euch. 60 Abonnenten habe ich inzwischen schon, dafür nochmal danke. Und ja, ich hoffe, dass 2013 genauso gut wird. Wie gesagt, ich versuche da durch die Ferien jetzt, durch die kleine Pause, ein paar neue Themen zu finden, was ich da so anschneiden kann an Apps und auch Spiele. Und danke auch nochmal für die viele Kritik, die ich in den letzten Videos bekomme. Also, ihr schreibt mir wirklich, was ich verbessern kann, was ich falsch mache. Und das hilft mir dann wirklich auch sehr, die Videos noch verbessern und eure Wünsche anzupassen. Ja, das war es jetzt zu meiner kleinen Rede hier. Ich wünsche euch dann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jo, tschüss!